dann nochmal nein das ist bloß eine Rohrbombe jetzt geht die kaputt ja wollen dass sie nicht explodiert so können wir nochmal heiß ich mach mal noch mal also also die geiler greift mich an ok jetzt war ich so schnell ne meinst du das funktioniert das jetzt wieder die Horde kommt Tag 35 ist jetzt irgendwie nicht mehr rot auf 42 ja eigentlich müsste es gehen habe ich noch nie ausprobiert Premiere sind ja noch drei Minuten bis zur Nacht ich höre die Motorsäge schon wieder ja na kommt da irgendwas sieht nicht so aus oder ich sehe nix jetzt höre ich was einen einzigen oder so der kommt nix gerannt das ist ja mal witzig ein Spurlauf 42 daran dürfte eigentlich nicht liegen oder ja eigentlich weiß ich ob man das mit zurück zu spulen da nochmal der irgendwie noch Tag 34 warte mal wieso hat der hier D16 stehen Alter Tag 35 ist scheiße jetzt bin ich bei Tag 16 ach du scheiße nein das admin tool ist buggy scheiße sorry wir sind Jürgen geworden ich wollte ins Bett das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert mit dem scheiß Schieberegler ja wozu du das tun in deinem Zeit ja aber ich hab's zwei Stück sonst findet man nischt von der 21er Horde nochmal kriegen hier oben vielleicht muss der von 23 59 auf 24 auf den Hordentag umspringen dass er rot wird und dann die Zombies kommen ich weiß nicht ich auch nicht ein Tag, zwei Tag, drei Tag ich find's ja praktisch wenn die Regler irgendwie besser bedienbar wären Plus und Minus kannst du vormachen oder? ne da ist nur Regler und der ist so scheiße grob hat man jetzt gerade gesehen irgendwie waren wir jetzt bei Tag was waren wir eigentlich? du bist ein Grobmechaniker 35 und der hat hier nur Tag 16 stehen also das ist ein bisschen blöd ach ja siehste genau gib doch einfach mit F1 da kannst du doch auf F1 gehen was waren wofür helfe ich mal wie war da der Code für gewesen? set day und dann Tag und Uhrzeit gib doch einfach F1 ein und S S minus S T ich hab keine Ahnung ne von Hand hab ich noch keine Uhrzeit umgestellt ne wofür meinte bei ähm wofür hat gerade eigentlich hat gerade gemacht S T 42 21 25 25 langsame nochmal also S T dann leer oder was? ja leer 42 leer 21 leer 55 50 ok ok jetzt ist es auch rot danke für wir set time genau wenn mich für den der interessiert wird wirklich ein bad record und dann links wird auch noch auf jeden Fall normal funktioniert und das war auch wie gesagt vielleicht habe ich auch durch die xml-modelrei irgendwas äh im Anschluss ohne irgendwas geändert zu haben an den Zombies aber normalerweise müssten die ja jetzt dann hier über die Wiese kommen weil da unten geht ja schlecht ne ja da kommen schon die ersten runter ah ja hier sind wir sehr früh vier Minuten vorher alter die mollis gehen ja voll auf die fps äh alter ein so ein kack-molli drei fps mal kurzzeitig weniger what vom vom kommt da jetzt bin ich gespannt ich hör was eine einzige von von links die spawnen direkt anvisieren ja okay also mich aua also hängt wirklich mit dem bedrock der adminpistole ist geil stell mal elektrozone auf das kostet von 50 prozent es ist so schlecht war wenn man sich überlegt dass man so viele sachen hat hier in dem spiel eigentlich aber man sie nicht nutzen kann weil man einfach jetzt sind die wieder buggy guck mal kurz da hast du irgendwas richtig extrem ich habe eigentlich gesagt nur die waffen hier gemoddet und wie gesagt aber es funktioniert ja auch ich stehe direkt vor denen ich auch ich habe auch gedacht anfangen das würde geheißen mit bedrock und radioaktiven aber jetzt habe ich eine eimer angeschossen dann spuckt der spucker auf mich und direkt auf ihn los ja wenn sie getriggert werden geht es aber dann greifen sie auch nicht weiter an das lustige ist ich trinkere sie aber sie hat ihn gerade den voll den matrix typen gemacht aber sie hat nichts getan also sie geht nicht auf mich zu also wie gesagt bei mir ist feier abend ich verabschiede mich schon mal auf jeder sehen alle chats von proxy karacho und bräu wolf und wenn man bedenkt ob die schnelle nacht wahrscheinlich erst in neun stunden rum ist okay 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 Hier ist er großartig, stimmt doch nicht Oh, was ist denn hier? Diese Wege fetzt doch nicht so Das war's für heute. Das war's. Ich bin aber nicht auf dem Boden, da muss man ja kurz noch anlassen. Hm? Wow! Jetzt ist noch mal jemand, hm? Boah! Alter Soda! Ich hab... Ich hab die Dynamit rausgeschmissen! Ja! Mein Herz! Und jetzt sind sie auch... Jetzt sind sie rekordiert! Das ist ja irgendwas... Schöpplen! Bord autonomy zu werden! So! Stimmt Eis. Spanns im mit 10 XP xxi, ich hätte so viel Loot ey ja, es läppert sich ist ganz komisch wie die da im Kreis rumdrehen das ist neun das Problem ist, wenn ich Dynamit schmeiße dann hat Foxy gerade ich kenne FPS mehr das ist ja das große Problem und Foxy hat Foxy hat das auch äh ein bisschen modifiziertes Dynamit ein bisschen, ganz ja ja 1,6 jetzt hast du aber wieder gescheppert hehehe boah ich hab's gut ja der Spooker findet mich auch relativ äh interessant jetzt funktionieren sie wieder richtig komisch jetzt sammeln sie sich wieder ich guck mal kurz nicht an der Spider-Boo liegt unter mir runter durch so wie es sein soll das ist keine Ahnung was das da eben war warum die da so in den Kreis rumgeführt sind geht wieder hin geht wieder hin das lustige ist dass der Boden gut weggeschossen wird von den Dynamit aber überhaupt nicht wirklich überhaupt nichts mit dem Zombies passiert ja und ich hab an den Zombies nichts gemacht und ich hab an den ja nicht also meine hier unter mir die sammeln sich so wie sie sind die haben richtig das war's und schon habe ich wieder 30 fps komisch ja irgendwo ist noch hier was aber dann hat da wohl wer die dann hat wohl wer die ente ente der match das dynamit auf null gesetzt ja das kann möglich sein das aber vielleicht im rahmen das also ich nicht das dynamit man sie das vier in der hand weil ich kann konnte die zombies haben überhaupt keinen schaden genommen also das ist wieder massenhaft wegflogen soll ich mal aber also die boden mini war gut also block damit hat es auf jeden fall habe ich das weg gemacht komisch gar nicht daran erinnern ja ja wissen wir auch schon wieder was los ist also wenn ich mal so viel von von dem papiergeld im richtigen hätte im richtigen spiel und diese tool in deinem kisten zweimal so ja 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 so ganz erfolgreich war der test ja dann mal nicht jetzt hängt schon wieder weil jemand was wirft nein aber hier geht es natürlich relativ zügig war hier und das war hier die dings nicht so tief fallen müssen ja wir haben nur 50 soll ich mal soll ich mal hier den berg weg springen was für ein berg der hier vorne gleich ist den kleinen tucker router hat da zufällig auch wer an den enten ente die classes und den game stage gespielt ohne plan was er tut ich war nur in der blogs xml und in der items sonst nirgends deshalb wundert mich ja warum die zombies so komisch sind 0,6 das könnte gleich wo es explodiert ja ja genau da drin vor allem wann war nicht gut und mit diesem standbild verabschieden wir uns für diese folge 20 minuten ja ich denke wir haben jetzt ein bisschen rum gespielt 58 fps ja 20 habe ich noch 21 26 28 ja jetzt geht er wieder auf 19 30 40 34 jo 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 jo